Schwestern und Brüder der 5. Flotte, es ist soweit. Ich werde den Abschied kurz machen. War nie gut mit Worten. Sobald ihr an Bord dieses Schiffes geht, gibt es kein Zurück. Der nächste feste Boden unter euren Füßen wird der der neuen Welt sein. Sollte jemand die Nerven verloren haben, möge er jetzt Kerb machen. Keiner wird es ihm vorwerfen. Sehr gut, dann Mast und Schotbruch. Und möge der Saphirstern euren Weg erhellen. Untertitelung des ZDF, 2020 Hey! Schon gehört? Wir sind fast da. Packen wir die neue Welt bei den Hörnern? Fühlt sich ewig an, seit ich von zu Hause weg bin, um mich der Kommission anzuschließen. Also, nervös? Glaub mir, verstehe ich. Alles Mögliche könnte uns da passieren, aber hey, da... Hey, bist du nicht einer der Top-Auswahljäger? Was? Im Ernst? Wir auch? Hey! Verrat uns deinen Namen! Ja, und somit willkommen zu Monster Hunter World. So, zur Charakterstellung. Wir werden diesmal einen weiblichen Charakter erstellen. Also, ich hab mir gedacht, dieses Jahr, wenn man sich was aussuchen kann, werden wir mal die weibliche Ebene bedienen. So. Sieht schick aus. Falten? Äh... Ja, sieht man voll den Unterschied. Aber noch zur kleinen Information. Das wird ein Koop-Projekt. Ich weiß, dass man in den ersten Missionen, glaube ich, in der ersten Quest, noch nicht Koop spielen kann. Deswegen werde ich die Solo machen. Aber dann... Wenn ich und der Fuzzi, Schwaben-Fuzzi, auf den Monsterjagd gehen. Oh, die Friseko sieht gut aus. Die nehmen wir. Ah, Haarfarbe. Wow. Ich bin sexy, muss ich mal sagen. Äh... Ja, okay. Ja, äh... Geralt? Ja, sieht nicht schlecht aus. Lassen wir das mal so. Okay, Augenbrauen. Was können wir denn hier Feines machen? Wow. Also, ich bin zwar hier, um Monster zu kloppen. Aber ich will schon etwas nett aussehen. Natürlich gleiche wie Haarfarbe. Oder ein bisschen dunkler, ja. So, Augen. Yo. Wat für ein Scheinwerfer. So säme ich die Frau nochmal an, wenn ich ihn auspacke. Oh, so grob. Ähm, was? Was verändert sich denn da? Achso, die Augen... Wow. Fernsicht, Weitlicht. Augenfarbe. Machen wir meine. Ich hab so blau-grün. Passt. Nase. Kleine Stupsnäschen. Jo, passt. Äh, ja. Lassen wir in der Mitte. Und der Mund. Mann, die hat ja Monsterlippen. Oh. Das sieht süß aus. Äh, oder... Ich guck mir grad die anderen an. Nö, 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 nö. Okay, gehen wir mal weiter. Hä? Hä? Hallo? Hä? Hallo? Gehst du mal runter? Batterien können nicht leer sein. Was ist denn los? Okay. Klik, 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 klik. Hä? Das ist aber jetzt komisch. Spiel abgeschmiert, oder was? Ey, fängt doch schon mal super an! Yeah! Hä? Jetzt geht auch! Kurz warten. Controller-Neustart. Hä? Ah! Okay. Bad können wir ja nicht machen. Uh, Make-up! Äh... Ja, nie. Ist klar. Ja! Ja! Oh, Farbe! Machen wir was Weibliches. Ja, das passt. Make-up 2. Lippen! Yeah! Lipgoss! Äh... Farbe? Achso, das ist Augen... Ah, Farbe. Machen wir auch pink. So rosa. Hä? Hä? Was kann man denn hier einstellen? Was kann man denn hier einstellen? Also, ich sehe keinen Unterschied. Doch, die hat so ein weißes Bärtchen. Naja, lassen wir das. Das sehen wir sowieso nicht. Ausdruck! Moment. Oh! Ja, nie! Ist klar! Nie! Den nimmer! Definitiv! Unterwäsche! Jupp! Ja, komm! Ich weiß, dass ihr das sehen wollt. Standardfarbe. Ah! Machen wir natürlich auch. Rosé. Neue Victoria's Secret Unterwäsche. Hä? Ein Schelm, wer Böses denkt. Anfangsrüstung. Ja, das passt. Ja, nee, ist klar. Sollen wir mit Dragon? Jo, das ist natürlich noch besser. Das sieht irgendwie aus wie Final Fantasy Kokobo. Wir bleiben mal beim Lederset oder das? Ich wäre geneigt, das zu nehmen. Aber ich brauche ja Rüstung. Sonst kriege ich was auf die Fräse und dann... Alibidaci. Gut. Cool. Kann man den Hintergrund noch ändern? Ja, gut. Hat man das? Ja. Wie heiße ich wohl? Zack. Oh, ein Begleiter. Paliko. Hallo. Oh, ein süßes Kätzchen. Jo. Wow. Ja. Oh, voll süß. Aber wir bleiben bei Schwarz-Weiß. Fell. Fell. Hä? Wie sehe ich jetzt keinen Unterschied? Hä? Na. Kein Unterschied. Kurz, lang. Sehe ich auch keinen Unterschied. Hä? Okay, wie machen wir denn? Oh. Ich wäre eigentlich echt für Schwarz-Weiß. Und die blauen Augen sehen ja auch schon mal geil aus. Muster. Okay, das passt auch. Oh. Oh. Voll süß. Katzen for the win. Warum eigentlich Katzen? Auf jeden Fall ist das mein erstes Monster Hunter Game. Also nicht böse sein, wenn ich nicht direkt alles checke. Oder das Universum kenne. Ich glaube, wir sollten das so lassen, oder? Jo. Komm. Krieg diesen bösen Blick. Ja, Augenfarbe. Komm. Geh mal. Okay, so viel sieht man da eigentlich gar nicht. Wir geben böses Rot. Kann ja nicht nur knuffig sein. Jo. Passt. Ohren. Äh. Da. Oh. Am liebsten direkt knuddeln. Oh. Schwanz. Au. Also der sieht aus, als wäre man da drüber gefahren. Unterwäsche. Eine Katze. Unterwäsche. Läuft. Machen wir so. Oh. Ja. Ähm. Tief. Ist eigentlich gar kein Unterschied. Macht der nur mehr? Anfangsrüstung. Na komm. Das ist so süß. Jo. Äh. Hahaha. Mach mal mit I. Sonst gibt's ne Verwechslung. Gut. Dann sind wir jetzt bereit für die Jagd. Ich hoffe ihr seid auch dabei. Bis zum nächsten Mal. Gнов. Gn. B Partners.